Du möchtest unbedingt verhindern, dass Dein flammenneuer KRONE Auflieger in falsche Hände gerät. Bist aber andererseits wenig davon begeistert, Dich unter das Fahrzeug zu knien und ein very old school mechanisches Kingpin Schloss anzubringen. Aber don't worry, alles wird gut. KRONE TV hat gute Neuigkeiten für Dich, nämlich das RIA KSS CKP. Diese bahnbrechende Entwicklung aus dem Hause KRONE hätte eigentlich erst auf der kommenden IAA in Hannover vorgestellt werden sollen. Aber offensichtlich wurde der Fachpresse schon ein erstes R-König-Foto zugespielt. Aber was genau unterscheidet denn jetzt nun den RIA KSS CKP vom Standard-Kingpin? Hinter dieser griffigen Abkürzung verbirgt sich der Retracted and Illuminated Automized KRONE Smart Security Comfort Kingpin. Kurz gesagt, ein sich einziehender Königszapfen abends mit Beleuchtung. Sensationell. Du kannst nicht aufsatteln, wenn der Königszapfen fehlt. No pin, no fun. Diebstahlschutz 2.0, wie er eleganter nicht sein kann. Gesteuert über die KRONE Telematik, aber hören und sehen Sie selbst. Hey KRONE, aktiviere RIA KSS CKP. Okidoki. Wie von Geisterhand verschwindet der Königszapfen im Nichts. Hey KRONE, deaktiviere Diebstahlschutz. Kein Problem. Der Hammer on top sind die Laser Parking Lanes, die das Aufsatteln insbesondere im Dunkeln kinderleicht gestalten. Und das Sahnehäubchen, die auf den Boden projizierte KRONE. Ein wahres Feuerwerk an Innovationen. Leicht, nachrüstbar und ab sofort bestellbar im KRONE Online Shop. KRONE Hightech aus dem flachen Emsland.